Hier ist wieder Spieltime und ich werde jetzt das... Ja, ich halte mal deinen Arm. Ja, ach man, jetzt wollte ich... Okay, du meinst du in die? Ja, guter Wiss. Ach da. Hier? Ja... Doppel? Ach man... Sieg viel? Okay, okay. Warte mal... Ich hab das Spiel vergessen! Oh man... Warte mal... Oh man... Sorry, ich bin ein bisschen verfeilt. Oh... Drei Heels... So... Und hier ist dieser Wuschauer. Oh Gott... Ah... Ah... Ja... Kennst du den hier? Kennst du den hier? Auch... Da hab ich nie den siebten Stein geschafft! Oh... Nie! Oh man... Oh man... Tails... Scream... Ne... Knuckles... Scream... Scream... Die kleine Herzen mit einer... Amy... Rose... Schrottnick! Da ist er wieder! Ja, da ist Blödmann! Meine Güte, hat ja ne Gurke voll Nase! Oh ja... Is das nicht verboten? Die Nase? Ja... So... So... So eine Gelbensch Drei! Oh man... Das kann ja was werden... So... Das nehmen können! Ja... Super... Das hast du... War weitergedrückt... Und keine Wiederholung... Hm... Ja... Dürchen... Oh man... Geht schon wieder! Rote 99! Ja... Ich will... Keiner zählt so gut! Aber trotzdem... Steine... Sind extrem schwer! Wenn man... Wenn man überall... Steine erkriegen muss... Muss man eigentlich... Alle Schaus fügen! Oh Gott! Ja... Und das ist schon schwer! Ja... Und Tails ist wieder mal... Irgendwo... 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 Ja... Ja... Und Tails ist wieder mal... So... Oh man... Ey... Du warst wieder fast... Schneller als... Ja... Ja... Ich war schon mal... Auf meinem DS... Auf meinem Advents... Schon aus dem Bild raus... Was? Ja... Der hat schon... Ungefähr so... Zehn Sekunden... Auf... Ziele wartet... Hi Ciao... Ich habe gefunden... Hilfe! Da habe ich gedacht... Entweil ich... Wäre ich... Platt... Uuuuuh... Da macht man mich... Platz... Will jemand hier... Seine Bandkuchen haben? Nee... Danke... Ich nicht! Auch ich schon! Da zeig ich mir zu... Schade! Der H... H... Hier... Und? Wenn es nicht mehr zum Bildschirm... Ist er kein richtiger Sonic! Hm... Na ja... Hey... Tails ist kurz aufgeblinkt... Aufgeblinkt... Oh... Und wirklich... Hopp... Ho... Hopp... Und da... Oh mit dir Sonic... Ja... Und keine Ahnung wo Tails ist... Irgendwie in der Weltgeschichte oder? Ja... Irgendwo... Weil natürlich keine Ahnung wo er steckt... Ja... Weil er gerne verschwunden ist... Ja... Und ich weiß auch schon wie der Gegner hier aussieht... So ein riesen Hammer... Autsch... Hey... Daily... H... H... Wurde in der Neuze wieder... Ja... Wieso muss ich... Wenn ich rot gelese... Muss ich irgendwie immer an... Vollkommen an denken... H... 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 Und du hast H... 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 H ... Oh... Sh... H... 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 Da habe ich einen Bonus. Der ist jetzt der Supersonic. Natürlich ist es nicht so, wie man die sonst kennt. Ja. Ich habe hier endlich nur ein bisschen Störung gehabt. Deshalb habe ich mir gar nicht Worte. Störung ist nicht schön. Und dass ihr dem wenig zu weit weg ist. Hey Taylee! So, mein eigener Trick, um hochzukommen. Super! Na, das hasse ich ja hier. So was. Du hast wieder mal ein bisschen kurz schneller als erlaubt. Stimmt's? Ja. Und wo Taylee immer bleibt? Der ist Taylee, dein Liebling. Ja. Zack! Und hepp! Boah! Also was ist schwerer bei Sonic? Die Normalwelt sind oder die Emulator? Die Emulator muss ich sagen. Ja. Hey Taylee, ich habe wieder meine super Pose. Ja, und Platz 1 belegt. Ja, und ich bin fürs Beaten zuständig, nicht du. Nee, da kommt Akt 3 und da kommt der Boss. Yeah. Oh Mann. Wie? Ob ich den Boss noch kann, keine Ahnung. Du hast zu lange nicht mehr gespielt. Genau. Dann hatte ich mir damals keinen Spaß mehr gemacht. Und das Ärgerliche war es ja mal, ich habe das Spiel mal kurz geliehen, weil es jemand mal spielen wollte. Und? Und wo ich zurückgekriegt habe, war alles gelöscht. Oh nein. Das ist natürlich voll doof. Ja. Boah, du bist ja schneller als erlaubt. Du bist unnormal. Ja. Und wer aus, wer nämlich ein, naja, Let's Play haben will, von eines der Spiele, die vorgestellt werden, einfach so ein Satz ruhig mal schreien. Ja, ne. Die wäre, also dann würdet ihr wahrscheinlich so Pokémon sehen. Oh Mann, Mistkäfer. Mitten im Kommentar natürlich. Ja. Oh, Autsch. Böser Gegner. Äh, der kann mich da nicht mal den Berg hoch. Piu. Oh, ho, ho, ha. Ja. Verlierst du, ich würde sowieso die Hochinfektierung verlieren. Ja. Und du wirst, was ich als Endgegner schon mal Sonic erledigt habe. Oh Gott. Oh Mann. Ja. Ja, ich könnte ein paar Gegner mal aus dem Kopf zeichnen, aber so perfekt werden die nicht aussehen. Äh, Zeichnen? Ja. Help. Na, ich müsste die... Na ja, dann auch gut und dann könnte ich... Und dann... Und dann... Die Nase konnte Feuer schmeilen. Und dann, wo man ihm angesprungen hat, äh, hat sich die Klappe geöffnet und dann kam natürlich von Master Evil so ein Laserstrahl. Oh nein. Und dann einen richtigen Augenblick abspringen. Das war das schwerste. Äh. Nun ja, für Tails war es einfach. Tails brauchte sich bloß ducken und drüber weg den Laser. Ui, Sonic wurde gerade entführt. Oh Gott. Sonic und Tails. Oh Gott. Nicht der. Den kennt man immer... In der Serie nämlich... Als... Orangen. Stimmt? Oh ja. Angriff. Kommt wieder aufs Zugespringte. Ja. Der ist ja ziemlich leicht. Bis jetzt. Ja. Ja. Aber... Nächsten Deep Level da... Da hat er ganz schön Power. Da kann er sich sogar teleportieren. Äh. Teleport. Hi Eggman. Ja. Das ist Schrotti. Und der die Fullhammer, oder? Hey. Hier bin ich. Komm. Oh. Top. Hehehe. Ah. Direkt eine Rübe. Ja. Ich bin... Toll. Tails. Jo Tails. Mach weiter so. So. Du lässt ja meinen Partner Tails in Ruhe. Okay. Tails. Helfe. Spinny. So. Ich warte immer auf die Seite. Roll mich ein. Ja komm. Und war schon früher weg. Als Tails. Hä? Los Tails. Los. Oh nein. Ich spring auch noch voll dagegen. Na ja. Das war nicht schon die Spitzenleistung. Na logo. Hehehe. Jetzt kommt der dumme. Igel wieder. Na komm her. Ihr wurd sich nicht wie möglich platt kalt machen. Hier geht doch um die Zeit. Ja. Die ist ja schon ein Boss. Nämlich platt machen. Ha. Hui. Der liegt aber flach. Ja. Total flach. Na los. Ich hab nicht mal viel Zeit hier. Und nicht sprinten bitte. Dann komm ich durcheinander. Okay. Kein Speed. Oh Mist. Oh Mist. Hauptsache ich hab einen Ring. Hallo. Du sollst dich einrollen. Jaaaa. Ich über hier schön mit. Na komm Schrottnick. Du Schrottnick. Schrottkerl. Ich mach dich fertig. Hehehe. Na los. Zack und weg. Und schon. Anspringen. Joht gemacht Tails. Doppelstreik. Super Teddy. Ja. Ich habe Super Tails auch schon einen Sieger gehabt. Ui. Mann da sieht er noch besser aus. Da hat er praktisch so ne wie Sonic Vögel um sich. Ui. Ui. Und Tails sieht und Knagel sieht erstmal aus. Oh Mann. Ui. Ob er einen Gespenst gesehen hat. Ja. Und Kreide Weiß löchert da auf. Los zeig den Roboter da unten schön den Hintern. von Sonic. Meine Güte. Wie oft wird sie denn noch hier? Er kriegt nicht genug Prügel hier. Aber jetzt. Aber wo Prügel? Tails lief. Ja doch endlich. Und war schon jetzt der Aktion? Ja. Das war die erste Welt. Natürlich hat dieser Igel überlebt's. Ja. Ist immer doch so. Ja. Mal sehen welchen Platz ich belegt habe. Ich bin ein bisschen rausgesprungen. Haha. Ja. Die Welt ist klar. Und ein Regenbogenhimmel. Ui. Tell die Winkel. Und welchen Platz? Natürlich dritten Platz habe ich belegt. jetzt. Und die nächste Welt werde ich nicht mehr schaffen. Ja. Aber so lange wird er ein bisschen gequasselt. Genau. Ich guck mal hier bloß mal alt an. Ja. Ich bringe euch keins rein. da das erste. Ah. Das ist so ne. Bonus. Weil. Ah. Müsst. Na ja. Okay. Ich hab euch bloß mal hier gezeigt. Haha. Nun ja. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Aber. Hauen wir raus. Ich. Ja. Scheiß.